Mal los, ganz dick. Und die haben eine Operation. Aber die hast du noch nicht operiert. Wie lange hast du Schmelzen hier? 15 Jahre. Hast du eine Behandlung? Eine Behandlung. Schmelzen fast weg. Siehst du? Aber die operiert. Tut noch ein bisschen weh. Ja, Operation, aber tut das noch weh hier. Das ist Operation. So. Die Halux, Halux ist ganz einfach. Die Leute, Eugen. Erstmal kam hier keine Kraft gehabt. Stimmt. Hochziehe, die auch keine Kraft. Beide. Die Kraft muss schaffen. So, nochmal zeigen wir mal das. Genau, Sprunggelenke hier. Da gibt es eine Zähne. Die Zähne muss drei Sekunden hin und her aktivieren. Dann geht es darum, wie ein Schlag geht hier rein. Dann nachher. Mittelknochen, länger. Dann genau hier. Da auch 5 Sekunden bis zum Aktivieren. Dann nachher die Partie. So, sie unterdrücken. Sie 보igen. Sie 보igen. Dann kommt die Kraft fest. Dann kam die Abrolle. Dann die Reuternack her. Gucken Sie mal deutlich. Hier. Vorzeug. Drei, vier Sekunden und alle. Dann nochmal. Lock lassen. Ziehen. Dann kommt die Muskelansatz. Da, die Kante muss man drücken. Dann nachher die Muskel. Förderstunde. Marschiert. Dann hockt sie. Dann kommt die Kraft. Und danach vorher. Hier drückt. Dann kommt irgendwann Schmerzen. Die Ferserspont auch prinziptherapisch gleich. Oder die Fuß. Hier schmerzen Leute. Wenn drückt, kriege Auer. Vorher Auer hast du. Und hier. Und da ist Spannung drin. Die Leute. Hochkan ziehen. Dann nochmal hier. Dann testen wir hier. Dann. Meine Körper zeigen. Hier. Ein. Zwei. Drei. Vier. Vier. Sechs. Mehr ziehen. Ein. Zwei. Drei. Vier. Vier. Zwanzig Sekunden. So weiter ziehen. Zwanzig Sekunden. Dann loslassen. Dann. Hier. Ganz locker. Ganz locker. Das stimmt. Ja. Weil die gedehnt. Dann fühlt sich das ganz weich. Da haben Ferserspont hinten. Die man diese Training. Und. Zerbeugung. Die ist stark geworden. Und nochmal hier drücken. Nichts mehr. Vorher war am Anfang. Wenn so, kriege ich Auer. Schmerzen zieht sich hier. Aber die fertig. Dann ist elastisch. Dadurch. Halux, Halux, Halux geht. Da brauche ich nicht operieren. 15 Jahre. Eine Behandlung ist weg. Heute zweite Mal. Bisschen nackig gearbeitet. Hockt sie nochmal. So. So ist es stabilisiert. Sehr schön. Dankeschön. Gerne.